Ich hätte noch ein Bastelbuch für Kinder ab drei Jahren. Superschönes, ganz einfach gemachtes Bastelbuch, wo immer schon relativ viel Vorgabe ist. Einfache Formen zum Ausschneiden, wo sie am Anfang einfach üben können, wenn das alles noch nicht so klappt. Und es kommen trotzdem sehr schöne Bilder dabei raus. Kann ich nur empfehlen ab drei Jahren.